Ah, wusste ich doch, wusste ich doch, dass es weitergeht. Da sind wir jetzt gelandet. Was ist denn da auf der... Lass mich da mal durch, du, 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 dünner Dicker. Da kommen wir nicht lang. Doch. Ich bin drüben. In diesen unkonventionellen Leveln musst du manchmal sich so ein bisschen umgucken. Hm. Ah, hier kann man Portale setzen. Ich hab da eins gesetzt. Nee, da kannst du keins setzen. Wir brauchen Schwung. Kann man sich da reinstürzen oder so? Das bringt ja nichts, aber... Ich muss irgendwo anders meines setzen. Können wir nochmal vielleicht in den letzten Raum? Du musst... Kannst du so die Portale setzen, was du mal wieder zurückkommst? Weil vielleicht... Warte, doch. Ja, dann hier ein rotes. Hier, hier, hier. Geht doch. Dann ein rotes. So. Dann hätte ich jetzt vielleicht... Ah, nee, nee. Nee, das Spiel verarscht uns. Ja. Ah, das Spiel hat uns getrollt. Erfolgreich. Ah, Mann. Warum machst du das denn? Ach so, dann können wir auch... Ah, Mann. Verwirrst mich hier schon wieder. So. Wo sagtest du? Hier kann man auch ein Portal setzen. Hast du mich gerade ausgelacht? Gar nicht. Der lacht genau wie ich. Können wir nicht vielleicht einfach da drunter springen? Wenn wir uns hier auf die... Auf die... Kannst du da nicht rausstellen. Jetzt komme ich nicht ganz rauf. Guck mal, da hinten kann ich auch ein Portal schießen. Guck mal. Wo? Da. Da können wir uns doch garantiert von der anderen Seite irgendwie runterstürzen lassen, oder? Ja. Das sieht so aus. Dann lass mal rüber gehen. Hast ja die Portale noch aktiv gelassen. Ja. 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 Ich mach mal. Geh runter. Geh mal runter. Ich bin mal hier der Test-Dummy. Und ich bin drüben. Genau. Ich glaub, das war's. Ja? Nee. Nein. Nein. Was ist das? Äh. Da steht eine 2. Ist das... Nein. Oh, 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 oh. Wow. Wieso gibt's hier mehrere Abzweigungen? Hier müssen wir einmal nach links und einmal nach rechts. Yep. Was ist deine präferierte Richtung? Bist du eher links- oder rechtspolitisch eingestellt? Rechts. Nein. Okay, okay. Ich bin eher so, äh... Du bist ein ganz rechter. Schon unverschlafen. Ich bin königstreu. Oh, nee. Was ist das denn hier alles? Was ist das denn? Da steht, wir müssen ein Cube färben irgendwie. So sieht das jedenfalls aus. Da kommt aber nur Farbe raus. Okay. Da müssen wir nach oben irgendwie. Ja. Ach, erst mal Farbe umleiten. Dann brauchen wir nämlich Speed. Nee, das mach ich natürlich anders. Warum färbst du dich eigentlich nicht, wenn du in der Farbe stehst? Brauch ich nicht. Ach, hier und dann da durch. Ah, ja. Auch nochmal Farbe machen irgendwie. Warum nicht? Genau, mach mal jetzt da einen hin, dann kann man sich da hoch... Wo willst du eins haben? Ich glaube, dann können wir... Das nützt uns nicht viel. Hui! Ähm... Da oben kriegen wir keinen Sinn, ne? Ja, lau, lauf mal durch. Okay. Ah, doch. Nee, es klappt... Oh, warte? Nicht ganz. Mach nochmal. Nee, es klappt nicht. Musst du näher ran? Ja. Ja, das geht. So, dann machst du nochmal. Machst du nochmal? Guckst du hier? Musst du? Yusuf? Guck ich jetzt. Ach komm, ey, dann mach ich das jetzt mal. Noch näher, ach so. Ja, sag ich doch. Ja, näher geht nicht mehr. Dann landen wir... Stoßen wir mit dem Kopf an. Wir wenden uns auch zur falschen Seite. Ja, das ist... Das sieht so nicht aus. Das ist ein Perspektiven-Schock für mich. Ah, das reicht echt nicht ganz. Das gibt's doch nicht. Nee, das reicht nicht. Das kannst du vergessen. Das kann doch nicht Sinn der Sache sein. Das ist ein bisschen schwer. Ein bisschen. Aber hier kann man ein Portal setzen. Und, äh... Aber das ist doch bestimmt wieder nur für die Farbe oder so. Weil es wird ja einfach nur da hingesprüht. Ja, ist auch in Ordnung. Wollen wir vielleicht auf die andere Seite? Erst mal gucken, was da ist. Ja. Vielleicht ist da ja irgendwas... Weil da... Da ist das irgendwie... Da sieht das aus, als wenn wir einen Cube färben müssen. Ich glaube langsam, ihr wollt die Menschen gar nicht retten. Doch, doch, doch. Klar, das wollen wir. Unbedingt. Aber halt, wenn wir dann eine Kiste färben müssen und keine Kiste haben, dann fehlt uns ja eine Kiste. Logischerweise. Ja, aber vielleicht sind ja... Ja, hier können wir noch gar nicht rein. Ach. Hier ist auch... Ein Ausgang, so ein Fluchtausgang. Fluchtweg. Da sind sehr viele Schalter. Das macht mir jetzt schon Angst. Ich habe keine Angst. Ja, nur Respekt vorm Spiel. Ähm. Ah, nee, nee, nee. Das geht so nicht. Vorne können wir anscheinend auch. Aha. Nee, das wird nichts. So, was ist denn... Warum kann man hier eigentlich noch Portale schießen? Das verwirrt mich auch. Wobei, eventuell kann man sich mal umsehen. Warte mal. Eventuell kann ich da oben ja... Stimmt, du kannst da vielleicht mal ein Portal schießen. Ja, habe ich auch. So, wir können da oben. Der hat aber früher drauf kommen können. Ja, das stimmt. Ich mache nochmal trotzdem hier einen kleinen Speed-Teppich. Ach, bist du oben? Ich bin oben. Ach so, ja, dann bin ich jetzt auch mal oben. So, will ich mal da rüber gehen? So, ich muss jetzt aber nochmal schauen, wie habe ich das mit der Farbe? Wir wollen ja weiter... Hier kommt der Cube. Wo bist du denn jetzt hingegangen, sag mal? Ach, auf die andere Seite. Hier ist der Cube. So, der Cube ist nicht eingefärbt. Ich glaube, wenn er eingefärbt ist, schlittert er hier runter. Was passiert denn, wenn man... Ach so. Hier, guck mal, hier kannst du vielleicht Schlotterfarbe machen. Was habe ich jetzt unten nochmal gesetzt? Ja, dann kann ich... Das ist ja egal, ich muss sowieso runter. So. Du musst sowieso runter, du musst jetzt mal Schlotterfarbe setzen. Ich muss den Schalter dann irgendwie... Ich habe geschlottert. Ja, und er kommt. Er kommt. Er kommt. Ich habe ihn, ich habe ihn. Soll ich runter damit, ja, ne? Äh, weiß ich nicht. Kannst du mich nochmal nach oben holen? Warte. Kannst du hier unten ein rotes oder ein... Ja, ich packe da unten mal ein rotes hin. Warte. Ach da, okay. Na, egal, ist ja egal wo. Ja, ja. Ich bin hier. Ja, da hinten geht es ja noch weiter. Kannst du mich auch hier rüber holen? Ja, habe ich schon. Ach so, okay. So. Dann haben wir so einen gefärbten. Ja, jetzt, äh... Was ist das denn da hinten? Bestimmt brauchen wir den Würfel, um da hinten die Tür zu öffnen. Irgendwie sowas, aber da kommen wir nicht hin. Äh, doch, doch, doch. Guck mal, hier sind wieder die Farbsymbole. Dann brauchen wir... Also, weiß ich nicht, aber ich würde mal glauben, so. Hier ist auch ein Fall, guck mal, hier ist auch ein Fall. Sag mal, wie die Farbe geht. Wieso, gar nichts. Was? Ist die Farbe gekommen? Nein. Doch. Gar nicht? Ja. Ja, inwiefern? Ja, hier ist jetzt... Oder schlecht. Ja, hier... Kannst du mich mal... Hol mich nochmal hoch. Das ist... Ja, ich muss sowieso mehrmals hoch und runter, womöglich. Dann lasse ich das jetzt einfach so. So, okay. Ja, das ist doch... Das ist doch super. Kann man denn weiter springen? Wenn man... Wenn man, äh... Die Farbe hat? Ja. Ja, gut. Dann muss man... Wie du gerade gesehen hast, hätte ich fast geschafft. Aber was bringt uns das, wenn man da auf dem zweiten hat... Hält man den Speed? Ich glaube ja nicht, ja? Holst du mich mal kurz hoch? Ähm... Na klar. Rein mit dir. Ja, falsche Zeit. Ähm... Geh mal durch. Ja, komm. Ah, nehmen wir den mal... Nimm mit der Gäste. Aha. Ja, lass mich erstmal durch. Haben wir jetzt irgendwas deaktiviert? Ja, du musst... Gehen wir erstmal ganz runter damit. Ach, das ist die zwei, drei. Das sind diese komischen, äh... Treppen. Ah, einer muss während er... Einer muss rüber gehen, während der andere hier punktgerecht die Dinger runter... Okay, dann geh ich mal rüber. Das ist hier die Nummer eins. Guck mal, was passiert. Was, du hast die... Äh, warte mal. Stehst du... Ich mag... Ach, okay, dann klappt das... Dann klappt das hier aus. Okay. Ist eins offen? Jetzt machen wir die zwei. Dankeschön. Und dann noch die drei eben. Okay. Ah. Scheiße. Warte. Und jetzt hab ich hier zwei... Warte, ich bin noch nicht bei der drei. Ja, aber ich glaube, das wird ein Problem. Ich glaub, hier ist für mich so ein... Ja, kannst du jetzt drücken. Ja, warte mal. Ja, das ist so ein Rätsel. Da müssen... Hier sind zwei Schalter. Da steht Override. Und die müssen wir scheinbar beide gleichzeitig drücken. Und ich frage mich, wie zum Henker das gehen soll. Ich schau hier gerade, ob ich irgendwo ein Portal setzen kann. Was ist denn das da unten? Nee, da unten kann ich nicht... Du stehst doch jetzt sicher, oder? Nee, jetzt nicht mehr. Jetzt stehe ich sicher. Also ich stehe sowieso sicher, weil... Weil du klappst hier sowieso die ganze Zeit aus. Dann kann ich auch mal zu dir kommen. Dann kann ich auch mal zu dir kommen. Wollen wir mal angucken. Ich stehe jetzt hier, weil das... Je nachdem, du siehst ja hier die Zahlen. Ja. Und wenn du hier die Eins oder die Zwei, wenn du die aktivierst, dann klappt halt das hier aus. Diese größere. Und dann kannst du ganz gemütlich rüberlaufen. Ähm, die Kiste brauchst du sonst nicht. Aber ich suche halt hier gerade nach einer Portalmöglichkeit. Und es gibt eigentlich keine. Und das ist jetzt insofern problematisch, als dass wir das dringend... Versuch nochmal rüber zu kommen, so. Guck mal, es geht. Ja, aber nur bis zur Zwei. Das heißt, ich kann die Zwei... Weil der Einen muss ich dann nur aktiviert lassen. Den kann ich ja den Würfel da liegen lassen. Nur welchen? Äh, du kannst den Würfel doch nicht liegen lassen. Das Problem, das Problem... Gut, du kannst einmal rüberspringen. Doch, Einen kann ich aktiviert lassen. Ja, aber du brauchst ja Zwei aktiviert, oder nicht? Oder bin ich blöde? Ja, deswegen hab ich ja gerade gefragt, welchen ich... Ja, die Eins brauchst du nicht aktivieren, logisch. Ne, die Eins nicht. Ja, die Zwei musst du aktivieren, sonst kommst du nicht mehr hierher. So, dann musst du aber eigentlich auch die Drei aktivieren. Hm. Oder schlittert die Kiste weiter nach unten. Die schlittert runter, jetzt ist sie auch weg. Richtig. Jetzt ist sie bei der Drei. Dann fängst du bei der Eins an. Und dann hast du genug Zeit, um... Wahrscheinlich ist sie dann... Fang mal bei der Eins an, lass sie dann liegen. Dann schlittert sie runter, dann kommst du ganz schnell hierher. Ja, jetzt ist die Kiste eh weg, ich muss eine neue holen. Achso, brauchst du für mich? Ja, da brauch ich dich leider wieder. Okay, aber das funktioniert auf jeden Fall so. Das ist jetzt ärgerlich, aber es geht nicht anders. Aber dass wir auf das Schlittern jetzt schon wieder gekommen sind, das ist auch schon wieder gut. Ja. So. Aber uns glaubt jetzt sowieso niemand mehr, dass wir hier ohne Lösung spielen. So, einmal wieder nochmal voll machen. Die Schlodermäßig. Achso. Oder warte mal. Ja, jetzt... Brück jetzt einfach mal, drück jetzt einfach mal. Okay. So, die Kiste hab ich wieder. Ja? Ja, ich würde gerne nach oben kommen. Warte. Aber dann können wir ja beide so rüberkommen. Dann kann ich ja mitkommen. Ja. Da haben wir beide die Gefahr. So, dann komm. Ja, wo hast du denn das Portal gesetzt? Ja, ja, ja. So, dann gucken wir uns das jetzt mal an. Ja, dann muss ich da jetzt sowieso wieder, äh... So. Und zwar jetzt einfach hier runterfallen lassen, wa? Ja. Ja, aber so, dass es auch wirklich schlittert. So, schnell. So, schnell, schnell. Ah. Wo ist der richtige Weg? Da. So. 1, 2, 3. Warte. 1, 2, 3. Ah. Hat das geklappt? Nee. Ich hab nicht auf dich gehört. Ich dachte, du wärst schon da. Ja, das macht denn keinen Sinn, mein Lieber. Ja, wieso warst du auch noch nicht da? Du bist doch genau neben mir gewesen. So, jetzt müssen wir dann nochmal... So, hast du jetzt ein Portal gesetzt. Sonst hätten wir hochge... Achso, weil da das Blaue ist. Weil wir beide... Jetzt müssen wir nochmal beide nach oben. Ja, das ist ja gar kein Ding. Warte. Ich hab vergessen, wie das geht. Ach. So. Achso, ja, das hast du ja auch eh du gemacht. So. Ich warte, dass ich wieder den Schalter drücken soll. Ja, warte, warte. Uno momento, por favore. Me gusta. Aber machen wir... Wir haben ja genug Zeit für den Countdown, ne? Weil ich hatte Angst, dass die Zeit nicht reicht. Weil die anderen so schnell ausgeklappt sind. Dann haben wir Zeit für den Countdown, dann können wir das machen. Und dann haben wir gleich noch einen Raum, ne? Ja, da wollen wir gar nicht dran denken. Das ist alles gut jetzt. Okay, okay, okay. Alles, 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 okay, alles, okay. Ich hab alles im Blick. So. Ich geh schon mal rüber, ey. Wie ist das denn? Ja, komm. Ich bin genau neben dir. So ist... Rollt. Rollt. Wieso bist du schneller als ich? Ich bin schlanker. Weil du nicht auf dem Rollstuhl warst. Eins, zwei, drei. Nein. Was denn? Was hast du denn gemacht? Ich hab's nur den manuellen Counter. Boah, bist du blöde oder was? Haben wir noch nie im ganzen Let's Play gemacht. Außer einmal. Weil uns da erklärt wurde, wie das ging. Dann machen wir jetzt eins, zwei, drei gleich. Ja, natürlich. Machen wir die ganze Zeit. Du willst mich plötzlich ändern, wo es Not tut. Dass man das auch macht. Ach komm, geh kacken. Oh, nee, ey. Ich würde einen vollen manuellen Counter machen. Der macht mir so viel Freude im Leben. Alter, nee.